Ich gebe erst mal meine Brille an. Hehehe. Und Brille. Da kann man das auch zu lassen, ja. Dann wurde die Geburt eines Umweltverhaters. Ah, süß. Jetzt kannst du die Brille wieder aufsetzen. Ja. Ist das das Malermobil, das neue? Das ist das Malermobil. Ja, super. Hast du was Weltbewegendes zu sagen? Nein, freut mich. Ist das energiefrei, dieses Auto? CO-frei? Nein, weil ich atme ja CO aus. Ach so, ja gut. Höchstens CO neutral. Ah, ist neue CO neutral. Wunderbar. Und das ist von der Verbraucherzentrale. Heute. Auf Youtube. Ich schicke das euern Landesgeschäftsführer. Macht das. Auf. Auf. Auf.